Ein Volkswagen Golf steht hier zum Verkauf. Die silberne Limousine ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 224.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2000. Die Limousine verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ABS, Metallic, Zentralverriegelung, elektrische Wegfahrsperre, Servolenkung und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Benziner eine Leistung von 105 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 7,2 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Wir informieren Sie beim nächsten Mal. Vielen Dank.